Wir sind hier. Die Hamburger Wir-Gruppe hat sich heute am 12. Mai 2013 spontan dazu entschlossen, nicht nur sich real am Boden zu treffen, sondern sich sogar in der Luft zu vernetzen, um das Ganze alles auch nochmal herausgesumter betrachten zu können. Wir können also deutlich erstmal die Farbgebung sehen. Das ist rot, klar, brauche ich nicht weiter zu erklären. Aber es ist auch diese Blasenform von der Quickmap. Das heißt, drei rote Blasen aus dem Hamburger Raum müssten aktuell gerade auf der Quickmap nicht mehr vorhanden sein, da sie ja in der Luft sind. Sie werden aber nach ihrer Reise wieder landen und auch dann wieder auf der Karte vorhanden sein. Aber ihr seht, alles ist möglich, wenn man nur will. Insofern... Untertitelung des ZDF für funk, 2017